Ah, jetzt hat man kurz wieder was gehört. Aber bloß kurz. Ganz kurz. Ja, sowohl dazu. Ah, das wird ihn mal wieder aufregen. Ich tue die Zeit mal da hin. Sehr. Dann, los geht's. Boah, das Feld ist so riesig, was wir jetzt da abbauen? User entdeckt deinen Kanal. Paddy? Ich glaube, er ist noch nicht zurück. Ich bin so riesig zu haben. Ich bin so riesig zu sehen. Ich bin so riesig zu sehen. Hallo, Benny. User in deinem Kanal, Zeit nach unten. Cobblestone, Erde, Cobblestone, Erde, warum geht das nicht? Wann habe ich dazu da einen rausbekommen? Dann brauche ich noch einen Crabble, der war hier unten glaube ich irgendwo. Ja genau. Und dann hat er noch gesagt, dass wir Marble aussortieren sollen. Wo kriege ich das jetzt am schnellsten her? Ich glaube ich baue es einfach kurz da drüben ab. Also kein... Nicht wundern, wir bauen hier noch die Erze an dem Rand noch ab. So, wo kann ich jetzt da am besten hin, hier? So, jetzt habe ich Marble. So, wollten wir das sonst noch irgendwas aussortieren? Ne, ich glaube nicht. User entdeckt in deinem Kanal. Hallo! Hallo! Wenn die Jobe schon da ist. Warte aber glaube ich... Oh, da wird er gleich wieder austimt. Oh, da ist uns gelegt. Daimony! Komm her! So, Marble möchte er noch drin haben. Jolie? Ja? Ich komme nicht auf den Server. Du kommst nicht auf den Server. Warte? Warte! Ah. Warte nicht! Warte nicht! Bedi? Oh ja! Warte! Warte nicht! Warte nicht! User in your channel time out. Scheiße. Hä? Das ist zum Fick nun mal die falsche Range. Oh nee. Nee. Patti hat mir die falsche mitgegeben. Oh. Jetzt hat mein Becken geknackst. Danke Patti, jetzt hab ich nochmal heim. Und die andere bei Range machen. Weil ich glaub die war für Buildcraft. Ach, geh weg, Zombie. So, das war diese hier. So. Ich wollte ja kurz schlafen. Kann ich auch kurz machen. So lange Patti und ich hab im Server. So. So. Hallo, Zombie. Hallo, Zombie. Ah, da möchte ich endlich die Quarry zum Laufen bringen, weil ich wollte mich, wie gesagt, nicht so lang damit aufhalten. Das ist eigentlich schon viel zu lang. Wie viel da... Ahja, mein Jetpack reicht noch. Ich wollte mich ehrlich gesagt nicht so lang aufhalten damit. Ich wollte die kurz platzieren und dann fertig. Also welche muss umgesetzt werden? Die da. Nein, nicht weg! Oh Gott. So, muss die hin. Und die, die kann man so lassen. Aber die muss so hin. und dann... sonst noch irgendeine. Na ich glaub... Diese hier muss nach oben. Geht gar nicht. Nae! Soll ich das zum Kack nochmal nicht abbauen? Wieso kann ich äh? Jo Mama? Wieso kann ich zum Fick nochmal die nicht platzieren? So, jetzt ist sie richtig Jetzt machen wir die richtig So Dann kommt die da hin Die gehört nach oben Hey So Nochmal, alles nochmal Die gehört so hin So Jetzt sagen wir es doch So, so Die und die Jetzt habe ich noch zwei Weil die eine kommt da hin Und die andere kommt da hin So Dann kommt hier noch dieses Verbindungsrohr Und dann kann ich hier wieder anmachen Bewegt So, die arbeitet Die arbeitet auch Die arbeitet auch Das ist gelb Das ist grün Und das ist blau Sie fangen so langsam an zu arbeiten So, das habe ich aussortiert In der Rot Passt So, jetzt mal gucken wie schnell das ist Oh, das ist fast so schnell wie vorher Dum 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 Ja, kann man lassen Es würde wahrscheinlich noch einiges schneller gehen Wo könnte ich denn da noch Ich könnte doch bestimmt noch irgendwo welche hinklatschen Hier könnte ich zum Beispiel noch eine hinklatschen